Dieser Spieler behauptete, dass er der reichste auf meinem Minecraft-Centable-Server wäre. Er lieb mich dazu ein, seine OP-Basis zu besuchen und ich stimmte zu, um zu überprüfen, ob er wirklich der reichste Spieler ist. Als ich dann zu seiner Basis gegangen bin und gesehen habe, dass er einen riesigen OP-Palast hatte aus Diamanten und anderen wertvollen Items, sagte ich ihm, dass er ja wirklich reich ist. Als ich dann aber sein Money gecheckt habe, habe ich gesehen, dass er nur 10 Dollar auf der Bank hat und habe ihm gesagt, dass er doch ziemlich arm ist. Er sagte mir, dass er viel mehr Geld hätte und das in einer Challenge beweisen wollen würde. Er bot ihm die Challenge an, dass er jedem neuen Spieler 1000 Dollar Startguthaben geben muss. Und ich versprach ihm, wenn er diese Challenge schaffen würde, gebe ich ihm den krassesten Rang auf meinem Minecraft-Server für 24 Stunden. Aber für jeden Like auf dieses Video verlängert sich der Rang dann nur eine Stunde. Zudem bekommt er für jeden Follow einmal das Item mehr, was der Top-Kommentar in die Kommentare schreibt. Kommt ihr doch auch mal gerne auf meinen Minecraft-Server. Die IP für den Java- und Badrock-Server ist balancecity.de. Folge für mehr.